Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Deceit. Und oben rechts steht's eingeblendet. Einmal nach oben rechts schauen, bitte. Das Produkt wurde mir kostensvoll wieder zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden mir auch noch zwei Mitspieler zur Verfügung gestellt. Nämlich einmal die gelbe, krumme Südfrucht. Hallo. Hallo. Und ihre bessere Hälfte, der Esprit. Hallo. Ja, wir machen Pärchenabend hier. Ich aber alleine. Macht ja nix. Wir spielen Deceit. Das ist so eine Mischung aus TTT und DBD und C und A. H und M. H und M, genau. Ich glaub, wir erklären das während des Spiels vielleicht. Ich mach mal eine Suche. Dauert eh eine Minute fünf Sekunden. Ihr seht's oben rechts. Jetzt haben wir genau sechs Spiele, aber das sind, glaub ich, nicht die richtigen. Nee, jetzt haben wir nämlich 13 von sechs Spielern. Die passen einfach nicht auf die Map. 14 auch nicht. Das muss halt genau sechs. Und die richtigen sechs müssen es sein. Ich tippe auf eine Minute vier. Ich auch. Eine Minute zwei. Nee, drei. Eigentlich war es gestern, beim ersten Mal war es eine Minute drei. Okay. Bis es dann gefunden hat. Und dann dauert, es läuft ja immer noch ein paar Sekunden weiter, bis es, bis es dann wirklich ins Spiel geht. Achso, nee, dann sag ich, was hast du gesagt? Ich sag eine Minute vier. Nee, dann sag ich eine Minute fünf. Eine Minute sechs. Oh. Wir haben das gestern schon zwei, dreimal ausprobiert. Ist ganz lustig. Wundert euch übrigens nicht, es gibt Voice Chat. Der wird von einigen benutzt. Und wir werden nicht sagen, wer, also ob man infiziert ist oder nicht. Es gibt nichts. Oh, 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 oh. 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 Oh Gott. Das hatte keiner. Sieben war es bei mir. Eine Minute fünf war es bei mir. Bei mir war es eins. Sieben. Nein. Also, der Rainbird, die gelbe Komussu, Esprit 1711, Xing Hong Hong, Mile 7 und Haktre spielen mit. Hastra, Hastja, nee. Hast, warte, ist das ein N? Ja, ist ein N. Das russische, das letzte. Und was steht da? Nastja. Ah, okay, Nastja, natürlich. Ich bin Alex, weiß man ja auch. Ich bin Blondie. Die dann wieder alle messern wollen. Also, es ist ein bisschen anders als TTT und DBD. Diese Abkürzungen. Man kann sich nämlich verwandeln, wenn man infiziert ist, wenn es dunkel ist. Wenn es einen Blackout gibt, der immer nach einer bestimmten Zeit kommt, können sich die Infizierten verwandeln in Monster. Und dann müssen sie andere töten. Und man kann auch respawnen. Wenn man erschossen wird von einem anderen, kann man respawnen. Wenn man nicht rausgevotet wird, wie die Banane meistens. Hey! Das stimmt. Ja, so war es doch die meiste Zeit, oder? Nee, ich war auch andauernd infiziert. Ach so. Und nicht sehr unauffällig. Ja, ihr seht es oben rechts. Zwei Spieler müssen noch verbinden. Die scheinen eine gute Leitung zu haben. Wenn die noch schlechter ist als meine. Gute Nacht. Das kannst du ja noch verbinden. Ach so, ja, ja. Ich bin das. Ja. Im Zweifel immer du. Und man spielt barfuß. Finde ich ein sehr wichtiges Detail. Und wir haben schon wieder die Kackkarte. Irgendwie muss man sich ja infiziert haben. Kennst du die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte ist ja, wir wurden gekidnappt. Von einer Organisation, die dieses Virus, dieses infizierten Virus entwickelt hat. Und wir sind Testsubjekte. Okay. Wir sollen halt irgendwie zeigen, oder die wollen halt austesten, wie ist das, wie viel halten die aus und pipapo. Also ich bin wieder im Hauptmenü. Ich auch. Sehr gut. Ich auch. Nice. Da haben sich wohl ein paar Leute nicht verbunden. Dann starten wir gleich die nächste Suche. Ah, die erste. Das ging gestern eigentlich immer direkt. Also das hat man noch nie. Aber es ist ja öfter mal was Neues und so. Die Übersetzung ist auch super hier. Die Testfächer. Was? Was? Von was haben die das übersetzt? Ich. Sorry. Was muss da überhaupt stehen? Ich weiß es nicht. Testfächer. Was stand denn da gestern auf Englisch? Ah, hier zum Beispiel bei Info hat der Esprit eben rausgefunden. Etwa Verweise und Kredite. Kann man sich hier angucken. Falls ihr einen Kredit braucht, könnt ihr bei Rob Moody und Sio Bahn Marackele mal anfragen. Die vergeben welche. Ich schliehe das Fenster mal. Gleich ist die Minute 5 wieder vorbei. 5, 4, 3, 2, 1, go. Jetzt war es bei mir eine Minute 5. Ja, bei mir eine Minute 4. Oh Gott, wir haben zwei Zehner. Your mom. Your mom. Oh Gott. Oh Gott. Das ist total witzig. Die sind so witzig alle. Ja. Gelbe Kumsu, ey. Das ist auch voll witzig. Hallo, hallo. Ich kann ja auch gerne aussprechen. Da reden sie schon in den Chat. Oh Gott. Good luck, have fun guys. Same, same. Spiel beginnt in 9. Oh, jetzt geht es gerade so. Wir haben schwierig. Du kannst ein bisschen sprechen. Es ist keine Zeit. Ich glaube, ich war zwei, oder? Zwei oder drei? Ich überlege gerade. Ich weiß nicht. Ich überlege. Oh. Do what us Americans do. We just get really nasal-y. Ich bin wieder. Okay. Ich weiß es nicht. Ihr seht es, ich bin das, was auf dem Bildschirm steht. Whether you believe me or not, your mom is innocent. Ich auch. Ich bin mom innocent. Ich hole jetzt gerade hier so die Kamera. Damit kann ich paar... Darth Wilde, willst du sie? Oh, sie. So. You could scam me if you want to, man. Hier seht ihr diese Blutbeutel. Die können die Infizierten, können die trinken. Alright, cool. Darth. Immerhin kann man die verstehen. Ich bin jealous of the pro. I mean, I know it's like stock, but it's so sexy. Oh, wie ist erschrocken. Ich bin's doch nur. So, man kann hier auch... Rehbert. Ammo finden und Rüstung und so, das gibt's ja alles. Hallo, Entschuldigung. Ja, ich hab's auch eine Kamera bekommen. Hallo, ist auch eine Kamera, Selby. Ich will auch was kriegen. Okay. Unsere Mutter hat, äh, das Gegengift. Yo, I just saw this fucking red thing. Look. Let's see what you can do with it. Gelb, 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 ruck, 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 ruck. Alright, guys, what do they look like? Money! Ich hab gewagd, keiner! I say down him. What do you guys want? We already used the scanner. Hast du blut, Tobi? Nein, ja, nein. Banana? Man, ich hasse diese Spiel! So, und jetzt kann man, wenn man rausschießt, stimmen dafür stimmen, dass sie illuminiert wird. We need one more vote. Oh, she's fine. She's coming back. Man, ich hab geguckt und geguckt und geguckt. Haha, ich hab Bananen wiederholen. Wenn das ein Fehler war, werden wir noch rausführen. Nein, definitiv. Die Bananen ist rausgebotet. Nein. Ne, ich hab sie wiederbelebt. Da sind zwei Rachels. Be careful, welcher es ist. Es ist ein wirklich langer Name. Es ist ein wirklich langer Name. So, wir sammeln uns jetzt an Ausgang. Ah! So, und dann kommen wir in die nächste Zone. So was die eine mit Green Scrubs for a long time. There were only three of us at that gate. Also, die andere Rachels brand new. So, you know, we get lost easy when you're new. Oh, oh. Oh, guck mal, die haben Nachsicht mit dir. Mit mir? Ja, weil du so neu bist. Das wissen die? Ich sag mal, von deinem Rang. Oh, I want it. Um, do you have it? Yeah, I was scanned innocent by Darth. That's always how I like playing it. Give the shotgun to the guy that's innocent. Or at least, hopefully. Der erzählt immer, er sei so unruhigig. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich kann dir sagen, er hat mich erschossen. And the blood is missing as well. Yeah, it's both Rachels. Oh, beide Rachels, okay. Sorry, Satellite, I'm gonna shoot you in the head. Hey, who rezzed her? Wait. Wait, CL, did you drink blood or did you see blood get drunk? Hast du jemanden gerest? So, dann war ihr nämlich eh nicht ich. Nee. Was habt ihr denn jetzt gegen SB? Wer war? Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich kann dich nicht wiederbeleben. I think, I think, I think I just screwed my eliminiert. Hey, hey guys, let her eat me. Please let her eat me. Because I like getting my face eaten. Hey. Was hat er gesagt? Weil er das gerne macht. Oh Gott. So, kann man noch Hebel machen? Die andere Person, die übrigens Dings ist, die hat es auch irgendwie überhaupt nicht drauf. Wollte ich gesagt haben. So, ich bin in der nächsten Zone. Lebt noch irgendjemand außer mir? Ich lebe noch. Ah, okay. Ah, da kommen sie. Man hat mich, man lässt mich leben, aber man wird mich jetzt erschießen. Trainberg, man messert mich. So, ich hab die Banane rausgevotet. Was? Die Banane muss raus. Du Arsch. Ich war unter Druck, er hat gesagt, ich soll das tun. Wo ist denn hier der Hebel für die Luke? Da musst du einfach nur abwarten. Du musst einfach nur warten. Das geht alles von ganz alleine. Oh Gott. Bei den Kameras. Bist du der Einzige? Hä? Ich wollte gerade sagen, der Wilders war eigentlich gerade noch am Leben. Ja. Den kann ich jetzt aber auch nicht mehr vertreten. Du bist der Letzte. Der Allerletzte? Ja. Auch kein Monster mehr? Nö, ich weiß aber nicht. Ich würde es ziemlich langweilig. Cool. Hat der andere die anderen gekillt? So, jetzt mach ich hier den Rettungshebel. So, und dann muss ich jetzt zum Ausdruck. Hast genug Zeit, um dir noch ein paar Punkte zu sammeln, ne? Also da hinten in den Kreis kannst du dich zum Beispiel stellen. Sicher niemand mehr da. Links von dir. Ja, wir können... Wollte mich nicht verarschen? Nein! Bestimmt verarschen, du bist. Nein! Komm, Seite! Es friedlicher verarschen wollen. Oh, ich bin rauskannst. So, ich hab'n Scanner. Ja, kannst aber niemand kennen. Achso, ich muss ihn auch aufmachen. Ich hab' ihn auch aufmachen. Ah, toll. Jetzt hab' ich wegen euch verloren. What happened at the end? Couldn't you get the hatch or what? Jetzt hab' ich wegen euch verloren. Wieso? Wieso? Ja, weil ich nicht rausgegangen bin. Sorry for sacrificing myself. Ich dachte, du musst warten, bis die Luke erstmal aufkannst. Ich muss sie dann nochmal... Ich wollte grad hingehen und sie aufmachen. Oh. Ich hab' uns gewonnen. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Auf euch höre ich nochmal, ey. Auf euch höre ich nochmal. Na, du warst der Letzte. Ja, toll. Ja, toll. Und bin ich entkommen. Ich hab' schon wieder daumen gelenkt. Nee. Eieiei. Okay, ähm. Ja, wir lassen das ja mal bei dieser Folge, äh, bei dieser Runde in der Folge. Mhm. War's doch nur knapp eine Viertelstunde. Aber manchmal dauert's auch länger. Und, ähm, es ist auch nur ein erster kurzer Blick. Wir danken euch fürs Zusehen. Die zwei werden gleich das letzte Wort haben. Ich sag' schon mal Tschüsschen! Tschüss! 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 Tschüss!